Ich stehe jetzt hier vor der Baustelle des Masterplats Leandertal und heute gucken wir mal, wie weit schon der Spielplatz gedient ist. Begleitet werde ich heute von meinem Sohn Georg, der uns alles erklärt, was wir dort künftig sehen und wo die Kinder spielen können. Hier ist der Wasserspielplatz und da ist der Treibholzspielplatz, wo man klettern kann. Hier kommt die Wolfschauke hin und das sind die beiden Autosphäre und oben sieht das aus wie klein, aber das ist Holz. Das ist die Kletterschlucht und hier fällt nur noch das Dach. Da kann man Pause machen und da kann man zwischen den Balken kommt noch ein Kletternetz hin, wo man noch klettern kann. Hier ist die Irrenrutsche und da ist die Doppelpfotel und da kommt ja eine Messthecke hin. Hier kommt das Kletternetz hin und da kommt die Bärenhöhe hin. dann kann ich den Kletternetz hin. Kletternetz hin und da kommt die Bärenhöhe hin. Die Bärenhöhe hat noch nur so einer Klettert hin und das Zwiebelz嫌 42. Untertitelung des ZDF, 2020